steno online unter creative commons gestellt von friedemar damit jeder das als snippet benutzen kann dieser kurze film ist unter creative commons gestellt kommen damit jeder dieses snippet snippet das ist ein teilchen normalerweise spricht man vom kurteilchen damit jeder dieses snippet weiter benutzen kann komma insbesondere darauf video antworten erstellen kann punkt lieber helmut lieber künftig schreibe ich das einfach lieber helmut lieber helmut dies ist eine spezielle boot schafft also würde das kein steno experte schrauben ich mache es kürzer dies ist eine spezielle message message sagen wir mal so an dich kommen wir um miteinander die stenographie wieder aufzufrischen du hast bereits ein gewisses interesse gezeigt komme und es wäre sehr schön jetzt kommt die katze hat sich auch interessiert dafür deshalb sehr schön du bist jetzt mit auf einem video das ist toll es wäre sehr schön wenn du mit machen würdest schreib mir mal ein paar zeilen in youtube und eine neue steno renaissance 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 kann beginnen oh das ist eine ganze ja jetzt streiche ich nicht mal du brauchst das nicht vor der kamera aber ich danke dir trotzdem für diese unterstützung bis bald Friedemann